Warum muss Theater sein? Warum Theater sein muss, ist eigentlich schnell erklärt. Weil ich aus mir rauskommen kann, um neue Dinge zu erleben. Und außerdem ist Theater toll, weil man einfach so an den Stress alles hinter sich lassen kann. Es ist einfach ein toller Ausgleich. Beim Aufräumen des Schreibtisches habe ich in den Unterlagen gesehen, die da so rumlagen, dass einige Tests fehlgeschlagen sind. Ich würde da jetzt nicht rausgehen. Man weiß nicht, was da rumläuft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ZDF für funk, 2017 Das ZDF für funk, 2017 Das ZDF für funk, 2017 Theater muss sein, damit ich neue Leute treffe, die dieselben Interessen haben. Und mit denen hat man einfach unglaublich viel Spaß, weil sie alle so ein bisschen den gleichen Schuss haben wie man selber. Weil ich Theaterinteressierte begeistern kann. Das ist auch ein bisschen skurril. Man kann an diesem Ort so sehr man selbst sein wie nirgends. Also man wird für nichts verurteilt oder sonst irgendwas. Aber gleichzeitig kann man halt auch einfach alles andere sein, was man möchte. Weil ich ich selbst sein kann und auch gleichzeitig in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Deshalb muss Theater sein. Und genau deshalb ist Theater einfach toll und muss sein. Und dann... 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 Und dann...